Das nennt ich mal ein Pfund, ein Überpfund, da gab es nicht viel zu halten. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Schuss aus dieser Distanz, was für ein Tor! Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Was für ein Tor, was für ein Tor.